Was geht ab, meine Ripple-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist Freitag, somit blicken wir mal ein bisschen wieder auf die Charts und natürlich auch auf die aktuellen News rund um Ripple XRP. Was hat sich in der letzten Woche getan? Wie sieht es mit unserem Fahrplan aus? Und da kann ich schon mal vorne wegnehmen, es sieht gut aus. Wir sind voll auf Fahrplan und auch mögliche neue Spot-Long-Positionen und natürlich auch Spot-Einkäufe, also je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Auf jeden Fall, bevor wir jedoch trotzdem starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnierter Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt dazu, gerne in die Gruppe rein. Außerdem, wenn ihr natürlich XRP auch kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. So, jetzt aber rein gleich in die Analyse, wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ripple momentan oder XRP bei knapp 51 US-Dollar-Cent, das war unsere Prognose von letzter Woche, dass wir hier nochmal einen deutlichen Abverkauf nach unten hin sehen und was ist passiert? Wir haben diesen Abverkauf gesehen, wir haben diesen ersten großen Wig, wo ich letzte Woche schon dazu gesagt habe, er ist viel zu groß, um nicht beachtet zu werden. Dieser wurde jetzt bekanntlich erst einmal gefüllt, aber das war dieser zweite Punkt, warum ich gesagt habe, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen werden. Wir haben hier noch diese kleine Ineffizienz, die liegt hier bei 49 US-Dollar-Cent. Die sollte meiner Meinung nach noch gefüllt werden. Man muss auch sagen, trotz einer schwierigen Phase, so bei Bitcoin, wenn wir uns das mal so angucken, dass es hier nochmal ein bisschen tiefer ging, hat sich Ripple jetzt einigermaßen noch stabil gehalten, dafür, dass es vorher überhaupt nichts gemacht hat. Klar haben wir jetzt einen Abverkauf gesehen, aber wir haben etwas an Fahrt weggenommen, das heißt, wir haben nicht mehr so einen starken Abverkaufsdruck das erste Mal gesehen. Natürlich ist es jetzt nur das erste Zwischenziel, das heißt hier die 0,49 könnten für uns eine sehr, sehr interessante Marke sein. Einerseits natürlich deswegen, weil wir hier einen schönen Abtrend haben, über den wir jetzt schon des Öfteren gesprochen haben, der hier nur ein bisschen verzogen ist, beziehungsweise jetzt aber perfekt passen müsste. Auf Daily-Sicht, auf vier Stunden, wird es immer ein bisschen verzerrt und da sehen wir nämlich auch, dass diese Ineffizienz hier perfekt mit unserem Abtrend auch übereinschießt. Das heißt, hier könnte die erste Möglichkeit sein, für uns eine kleine Long-Position aufzubauen, dass wir zumindest mal so einen Reversal kriegen, zumindest mal in dem Bereich der 0,56 oder sogar nochmal hier hoch in Richtung 0,62, 0,63. Gehe ich aber momentan eher weniger davon aus, je nachdem wie weit Bitcoin nochmal nach oben steigen kann, aber es wäre die erste Chance übergeordnet. Gehe ich aber immer noch weiterhin davon aus, dass wir immer nochmal tiefere Kurse sehen, weil dieser WIG, über den wir hier im 4-Stunden-Chart gesprochen haben, ist ja nicht der einzige. Wir haben ja hier unten noch einen vorliegen bei 0,42 US-Dollar-Send. Das heißt, diese zwei Zonen könnten in den nächsten Wochen auch bei einer größeren Bitcoin-Korrektur noch sehr, sehr interessant werden für uns. Und uns auch neue, wie gesagt, einerseits Long-Positionen, andererseits natürlich auch für alle, die noch nicht in Ripple, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber die vielleicht neue Ripple-Investoren hier sein wollen, eignen sich diese zwei Zonen eben perfekt nochmal um, ein bisschen zu akkumulieren. Natürlich übergeordnet haben wir noch diese großen Buy-Zones bei knapp 30 und natürlich 22 US-Dollar-Send. Ich gehe nicht davon aus, das ist jetzt vielleicht mal eine positive Nachricht, auch wenn ich da immer ein bisschen negativ bin, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir diese Buy-Zones hier nochmal hitten werden. Zumindest nicht die ganz Tiefe, die 0,30 lässt sich nie ausschließen, aber kurzfristig, wie gesagt, die 0,49 für Long-Positionen für uns sehr, sehr interessant und natürlich auch die 0,42 für einerseits Spot und natürlich auch eine mögliche Long-Position dann in den nächsten Wochen. Jetzt ziehen wir uns trotzdem nochmal ganz kurz das FIP-Level, das heißt von unserem Zwischentief hier unten bei 28 US-Dollar-Send bis zu unserem Hoch, da sehen wir auch, okay, das Golden Pocket wurde jetzt erstmal wieder verlassen, auch auf Daily-Sicht nicht wirklich gut. Das heißt, die Liquidität hat hier einfach nicht ausgereicht, war aber auch erst einmal klar, dass dieser WIC nicht ausreicht, wenn die Ineffizienz hier gefüllt wird und wieder kein Impuls kommt. Und da wird es dann eben ganz, ganz spannend zu sehen sein, ob da überhaupt ein Impuls kommt, wenn nicht, gehe ich wirklich zu 90% davon aus, dass wir hier runtergehen in Richtung 0,42 und uns diese ganze Liquidität, die auch sehr, sehr gut passen würde hier in diesem Bereich, also ihr seht ja hier, da sind sehr, sehr viele Überschneidungen in diesem Bereich, wo wir immer wieder Widerstand hatten, Support, das heißt, hier ist ein guter Verkäufer und Käufermarkt auch drinnen, dass dann diese Marke hier nochmal getestet wird und dann erst wirklich dieser Aufwärtsimpuls kommt. Das sind jetzt die zwei wichtigen Marken, mal schauen, wie die Reaktion an der ersten ist, ansonsten gehe ich, wie gesagt, stark davon aus, dass wir noch die zweite nach unten hin testen. Was hat sich Newstechnisch diese Woche getan? Also, erst einmal, zum Glück muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe es letzte oder vorletzte Woche schon im Video gesagt, BlackRock plant definitiv kein XRP-Spot-ETF. Das habe ich vor zwei Wochen schon gesagt, aber gut, man kann das Thema auch komplett ausschlachten und wieder sagen, yo, Ripple, damit man irgendwelche guten News hat, es kommt kein XRP-Spot-ETF. Zumindest nicht von BlackRock, ich glaube auch nicht, dass andere da irgendwie was machen. Außerdem läuft der Rechtsstreit noch mit der SEC und da gibt es auch wiederum neue News. SEC verschärft ihre Forderungen gegen Ripple. Im Rechtsstreit mit Ripple lässt die SEC nicht locker, sondern geht weiter in die Offensive. Die Behörde reicht nun einen neuen Antrag ein, der Ripple zur Herausgabe von Finanzdokumenten und Details zu XRP-Verkaufsverträgen zwingen soll. Das finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt, einfach mal so ein bisschen die Strategie oder so, wer verkauft da überhaupt und sowas und wer sackt das Geld ein, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Die SEC argumentiert, dass diese Dokumente für die Festlegung angemessener Strafen in dem Fall entscheidend seien, darüber hinaus, wie sie darauf hin, dass die finanziellen Aktivitäten und Verkaufsverträge von Ripple auch nach der Klage relevant seien. Bin ich sogar d'accord mit damit, also ich rechne ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich damit, dass da im April wirklich Schluss ist. Ich hoffe es für alle XRP-Anleger, aber natürlich auch für mein Portfolio, aber gut, schauen wir erst einmal. Also da gibt es auch nicht wirklich was Neues, kein XRP-Spot-ETF erst einmal zumindest. Ich denke eher, vorher wird ein Ethereum-ETF genehmigt, bevor das hier genehmigt wird, solange vor allem noch das SEC-Verfahren läuft und ansonsten SEC macht auch weiter Druck. Das war es auf jeden Fall für das heutige Update-Video, relativ kurz und knapp, aber wie gesagt, Ripple momentan einfach viel zu wenig Bewegung, um hier größere, längere Videos zu machen. Da tut sich einfach zu wenig. Zwei Zonen sind interessant, kein ETF und SEC-Verfahren läuft auf jeden Fall weiter. Das sind genug Infos für euch diese Woche. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, gerne mal eure XRP-Prognose unten in die Kommentare reinschreiben, würde mich mal so interessieren, was so eure Prognosen so für dieses Jahr einfach so sind. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Like, Abo und vielleicht die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. Das war es von mir. Schönes Wochenende, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.